So, wichtig ist, education.weebly, das ist praktisch der Lehrer-Account, beim Schüler-Account sieht es jetzt so aus, da heißt es students.weebly.com, ihr kriegt von mir euren Username und das Passwort und dann meldet ihr euch da entsprechend an. Passwort nicht abspeichern. So, und jetzt werden wir gleich gefragt, wie die Seite heißen soll, wir probieren mal das Summerfeeling aus. Okay, die ist belegt, probieren wir mal eine Mischung aus. Ah, Summerfeeling, Deutsch, Englisch, das funktioniert, wunderbar, sagen wir weiter. Und jetzt ist die Seite dann auch unter summerfeeling.weebly.com erreichbar. Und wir sind jetzt praktisch hier in diesem Bereich, bis jetzt haben wir nur eine Seite, eine Home, Seite, Unterseiten existieren noch gar nicht. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir hier auch nur einen Home-Bereich. Wenn wir weitere Unterseiten hinzufügen wollen, können wir das mit dem Plus hier machen. Und im Bereich Erstellen haben wir hier diesen Werkzeugkasten und damit können wir dann praktisch die Seite entsprechend verändern. Hier haben wir ein Titelfeld, Textfeld, ein Bild, ein Einzelnes zum Einfügen, eine Galerie, Diashow, wir können eine Karte einfügen, eine Schaltfläche, dann ein Abschnitt, Teiler, Abstandshalter und die Sachen, die hier so einen Blitz haben, das sind Dinge, die in der Pro-Version verfügbar sind, also das können wir jetzt praktisch nicht verwenden. Dann haben wir hier Dokumente, ein YouTube-Video, was wir einbinden können, eine Datei, man kann hier sogar eine Flash-Datei einbinden. Und dann haben wir noch ein Zitat und sogar Social-Media-Schaltflächen, also Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail. Dieses Feld kann man hier auch noch entsprechend einbauen. So, bis jetzt ist hier noch nichts drauf. Unsere Seite sieht bis jetzt dann so aus. Man kann hier auf Öffentlichen klicken. Und dann wird also diese URL angegeben. Wenn ich hier drauf gehe, dann, Kennwort geschützt. Also, dann schaut es bis jetzt nur so aus. Hier steht Home und hier ist ein Hintergrundbild da. So, dann schauen wir mal, wie wir hier die einzelnen Seiten anlegen, also die Unterseiten. Hier hat man noch gesagt Seiten und dann können wir hier sagen plus Standardseite. Und jetzt können wir hier praktisch neue Seiten anlegen, also Bilder fertig plus Standardseite. Filme, fertig und dann machen wir nochmal eine Standardseite mit Downloads. Fertig. Falls wir eine Seite zu viel haben oder die nicht haben wollen, klickt man da entsprechend drauf. Dann kann man sagen löschen und dann ist die wieder weg. So, jetzt im Bereich erstellen. Hier sehen wir überhaupt die Unterseiten auch. Home, Bilder, Filme. Wenn wir da jeweils draufklicken, passiert aber noch nicht viel. Und hier haben wir wieder unseren Werkzeugkasten. Und wenn ich sage Veröffentlichen, mal schauen, ob es sich schon ausgewirkt hat. Also, wenn man hier etwas verändert, dann kann es sein, dass da mal eine Zeit warten muss, bis man die Veränderung sieht. Schauen wir mal. Ob das schon der Fall ist. Genau. Also, die verwendeten Unterseiten, die gerade erstellten Unterseiten, die sind hier schon aufgetaucht. Titel fehlt noch. Das können wir jetzt eingeben. Also, hier meine Seite. Einfach markieren und überschreiben. Summer. Fealing. So, und dann. Genau. Dann sieht man sofort die Auswirkungen. Hier hat es jetzt mal gleich geklappt. Ja, vielleicht noch kurz zu dem Bereich Theme. Hier hat man die Möglichkeit, noch entsprechende Farbgebung hier entsprechend einfließen zu lassen, zu verändern. Man kann hier das Theme komplett ändern. Also, man hat hier Spaten, Online-Shop, Geschäft, Portfolio. Je nachdem, was man hier entsprechend auswählt, ist halt das Layout der Seite anders. Man hat hier auch schon entsprechende Hintergrundbilder, die man vielleicht, so wie sie einem gefallen, gleich verwenden kann. Die sind natürlich auch alle frei, zur freien Nutzung, was man hier findet und kann der Seite halt so ein individuelles Aussehen geben. Man kann hier auch entsprechend sagen, Schriftarten ändern, also Titel der Webseite, Überschrift, Navigationsmenü. Schauen wir mal hier mal rein. Navigationsmenü. Kann ich hier in einer anderen Schriftart machen. Ich kann sie etwas größer machen. Ich kann die Großbuchstaben ausschalten. Den Zeilenabstand kann ich erhöhen. Wenn man hier wieder zurückgeht, kann ich mir einen anderen Bereich auch nochmal vornehmen und hier am Layout und am Design von dieser Webseite noch ein bisschen herumschrauben. Okay, im nächsten Video geht es darum, wie man praktisch die Unterseiten dann jetzt mit Inhalt füllt.